hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft mit zyrok ohne hose wir waren letztes mal sehr erfolgreich in der woodland mansion da war mega viel war wieder eine riesen schatzkammer hat sich echt gelohnt ich schaue mal gerade ob wir noch ein paar kartoffeln bekommen können wir haben einige bestimmt verbraucht wo kommt denn die ember denn jetzt hin ich glaube da haben wir eine kiste für oder haben wir die alle schon weggeprägt gold dir eisen problut essen netacra lapis redstone gold dir eisen kohle essen muss auch erst mal eben mein inventar zumindest teilweise mehr kram kram tm was hab ich denn hier alles erst mal schmeiß mir den schraub weg ja ich lege das mal zu kram kram dm dm kram kram dm das ist der neue drogeriemarkt ja soviel kann ich gar nicht wegpacken kohle 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 ich habe gerade noch gegessen also das ist nebricks wie war denn dein heute ist der sonntag auf für die aufnahme wie war denn dein samstag sehr schön bremen hat gewonnen drei toren ja in bremen sind sie mich abgegangen habe ich auch mitgekriegt nein nein bremen nein freiburg nicht in freiburg in äh gegen wen haben die gespielt eigentlich ich weiß es nicht gegen bremen bremen hat in freiburg gegen freiburg gespielt also hat einfach mal ein paar sachen nennen sagt der bremen fan weißt du wo kommt denn spinnenauge und so scheiße sind hier in die truhe moment ne das wolle das ist kein stein so hat denn wolle in krasse der volle haben wir noch nicht so ist hühnchen auch nur blut ja würde ich sagen wir haben wirklich nur eine gemüsekiste und keine fleischkiste das ist ja oder willst du mir gerne unter den zuschauer nicht gefallen ne ruhe ist hühnchen kommt zu essen dann haben wir schon was drin der muss aber aus der mob kiste auch noch mal die sachen rausnehmen sind auch auf jeden fall da sind sachen drin das stimmt da muss aber auch neu anpflanzen wo kommen denn die ganzen wollen sachen nachkommen kram kram ja streng genommen ist das auch mal blut aber egal macht dahin wo du meinst ja da musst du halt dann wieder so ein kreis für das best sortierteste lagersystem bekommen das stimmt wer hätte ja schon lange gecheatet hätte so ein komisches modpack installiert dass er alles automatisch macht aber das gibt es hier nicht da behauptet er wieder irgendwelche sachen das stimmt übrigens nicht doch das tote und sterblichkeit ist für den arsch das hat überhaupt nichts gebracht du musst es ausgewählt haben immer noch auch wenn du es nicht hören willst ja aber das bringt doch dann überhaupt nichts doch du musst halt reagieren ich brauche noch irgendwo eisen mit deinen starcraft skills solltest du das auch schaffen können ne also reagieren trainierst du ja wohl nicht mit starcraft doch reaktion trainierst du absolut mit sportarten wie tischtennis also in starcraft musst du schnell reagieren ich weiß dass es bei dir manchmal zu ein paar komplikationen führt aber ich bin halt mehr so der aus der bewegung mehrher so schnell reagiert weißt du ähm irgendwas wollte ich jetzt machen aber ich weiß nicht mehr was genau gold klumpen würde ich irgendwohin machen wir wollen auf jeden fall in dieser folge ein paar äh wunderskelettschädel farben glaube ich ne wir haben glaube ich einen wir haben einen da habe ich schon nach ich muss mal eine neue Hose bauen ja ich habe 31 level ich habe ja eine äh diamant chestplate gefunden in dem dungeon ich baue jetzt erstmal eine Hose denn es zieht zack so zack oh hier sind noch fertige kartoffeln lass doch mit zack da auch aber wir haben noch ganz viele fertige kartoffeln wow haben wir noch kohle ja bestimmt in der kohletruhe wo ist denn kohle 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 oder was denn da muss man wie kann man denn gleich nochmal das Schild aus ich habe mir auch überlegt ob ich mir noch hier bei amazon schnell so ein ferrari cappi bestelle zack was machst du da kartoffeln raten cool hier spannend hier wo bist du da nimm mal hier die 12 die kostet nicht mehr vernünftig mein Inventar lass mal schlafen alles klar fackeln muss ich mir auch noch ein paar mehr mitnehmen backe backe kuchen denn fackeln habe ich immer ganz gerne komplett dabei ein stack fackeln habe ich komplett dabei nimm du fackeln mit dann brauche ich die nicht mit nein wir gucken wir händen aufs Meer das ist die spannendste Folge aller Zeiten die brauchen wir auch nicht mit Loden können wir hier reinpacken die Steine gehören in die Steinkiste Nergorex ja fünf Steine können wir auch die spawlen lassen Brot packe ich mal hier rein Brot kommt in die Essenskiste ein Boot kann ich in die Essenskiste ja das Brot kommt in die Essenskiste das ist aber kein Brot sondern ein Boot Ach Bote 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 so soll ich mein Totem of Undying in der Hotbar haben Übrigens Fun Fact Nergorex für dich Sepp hat auch schon gemeckert ich hab kein Bock Formel 1 ich krieg ja nicht mal ne Runde tja vielleicht sollten wir doch die Traktionskontrolle auf Mittel stellen ne 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 jetzt wo ich trainiert habe ja genau ja du bist ja besser als ich dann können wir das wieder machen ach so wir müssen das einfach mal nochmal gucken aber das ist ja für die Minecraft Zuschauer sowieso völlig irrelevant ja das ist halt doof weißt du jetzt haben wir extra noch wir haben in der Saison gesagt in der letzten Saison ja wir fahren ohne Fahrhilfe und alle so ja voll geil Ciroc willst du dieses Dings anziehen sonst schmeiß es weg ja ja warum nicht gut Mut hat Mut ich bräuchte eigentlich halt noch ein deutlich besseres Schwert weil mein Schwert ist ziemlich scheiße hab ich festgestellt es hat zwar Looting 3 das ist ziemlich geil aber ansonsten kann ich nichts also einer von uns macht grad macht hier irgendeinen Abgang ja es war auch grad ziemlich geruckelt ich hoffe es bin ich ich man weiß es nicht der Saison stellt natürlich wie immer den Server natürlich ich möchte ihn nicht öffnen zu haben für alle seine Zuschauer finde ich sehr gemein von ihm ich hab Nagorix nämlich extra gefragt ey über Community ne zack irgendwie ist das egal meint wegen kannst du das gerne machen musst du halt den Server immer bereitstellen was hat der Swiss hat das gemacht zack wir schauen mal ob wir nochmal eine gute Verzauberung bekommen ansonsten werde ich das jetzt noch nicht verzaubern das ist Mite 4 das ist Mite 4 Sharpness 2 ist gar nicht so schlecht könnte ich die eigentlich kombinieren wahrscheinlich kann man Bane of Arthropods und Sharpness nicht kombinieren ne weiß ich nicht wir können ja mal testen ich mach das jetzt einfach komm was soll denn da jetzt Oma wir wollen ja in den Neta gehen äh Sharpness 2 Unraking 3 Looting 3 dann ist mein Bane of Arthropods weg das ist aber völlig in Ordnung das ist gut das braucht sowieso keiner das ist gut ist sonst noch irgendwas verloren gegangen was bringt einem denn Bane of Arthropods ist das äh Nemesis der Gliederfüßler oder was ist das ich weiß nicht wie das Deutsch ist ich weiß nicht wie das Deutsch ist wir machen einfach weg wer braucht denn das Alter ach du hast grad die ganze Welt benutzt so dann äh geh ich jetzt in den Neta kommst du mit oder soll ich das alleine machen ja natürlich komm ich mit nein 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 ich will die Action nicht verpassen ja willst du vielleicht auch nochmal gucken wie viel Level hast du gerade eins oh das ist nicht so gut hast du ein was ist das für ein Schwert das ist das verzauert ja ne das ist ein verzauertes Diamantschwert mit Bane 1 weil am besten wärs wenn du halt auch ein Looting Schwert hättest also ich hab halt ein Looting Schwert das ist ganz gut gegen Wither Skelette weil dann können die mal einen Schädel droppen ja dann machst du das halt kein Problem also wenn du demnächst ein paar mehr Level hast kannst du ja vielleicht nochmal zurückgehen und versuchen aber mittlerweile freu ich mich ja schon wieder äh hier auf Formel 1 ne immer redet der nur von Formel 1 das ist so nervig mit dem ja was willst du über Minecraft auch groß erzählen jetzt gerade wir müssen jetzt Action machen ja was machst du da kaputt? so ein Dings so ein Blaze machen wir jetzt auch wieder ein paar Level ah das klappt so wir müssen ein Nether Skelett oh oh zwei Blaze sogar sehr gut Emerald oh da ist ein Nether Skelett sehr gut Nether Skelett? ja ja er ist ein Wither Skelett ne übrigens das ist natürlich egal links oben ist ein Lone Spawner übrigens ja dann greif doch mal bitte an während ich mich versuche hier rüber zu bauen das Ding schießt aber jaaa das ist ja keine Überraschung war ich kaputt gemacht der Magma Cube jump da irgendwie rum ja ja ich hab schon wieder ganz viele Hoopla das ist nicht schön beziehungsweise Hoopla ist das nicht aber ich schlage und es passiert einfach nichts ich geh mal auf das Ding ich geh mal auf das Ding ich geh mal auf das Ding wenn du dich mal umgepackt Jups so also ich hab leider das Nether Skelett hab äh leider nur jetzt brenne ich ach du kriegst das schon hin Nein das Nether Skelett hat leider nur Kohle gedroppt kämpf hier wieder gegen 5 Gegner während Nergorex sich um einen kümmert jetzt sind wir an der Fackel damit ich da ein bisschen was sehe hier sind wir scheinbar schon mal hochgelaufen ja eigentlich müssen wir uns doch die ganze Zeit nur in dieser Festung aufhalten oder? und hin und her rennen eigentlich schon ne wir müssen diese Lava umdrehen hinzubauen ein bisschen näher an ein Video Scope oh Lauf doch rein genau was sind das da oben für Skelette? drück mal C könnten doch zwei Witter Skelette sein ne? Sollen wir diesen Spawner eigentlich mal wir sollten ihn zumindest unschädlich machen also nicht abbauen aber Hinter dir! Hintermann! sehr gut Nergorex sind das da oben zwei Witter Skelette in Ergorex? oh oh scheint nicht zu reichen gut dann gehen wir mal für den Spawner gleich weg oh da oben rechts äh links tschuld ja sind zwei Witter Skelette sehr gut die kommt man da hin die kommt man da hin die kommt man da hin nicht zu weit weg gehen sonst die spawnen die gleich das wäre eher gut bleib ich hier und du äh ja ich versuch mal da hin zu kommen hier und kann ich glaube ich hoch du hast du mir so das Dooting schwer dich das hier widerspannt mir wie Sau ey zombie pigmen bist du böse auf mich? nein hey wir haben ja am Donnerstag ist ja Formel 1 Aufnahme boah die haben wir mit seiner Formel 1 die erste Aufnahme nach dem neuen Reglement der Formel Seppiö jetzt ist ja die Frage ob wir überhaupt aufnehmen oder ob das erstmal nochmal ein Testlauf ist wo wartest du denn jetzt? ja wo bist du denn? ich seh nicht mal mehr deinen Namen ich bin halt über hier irgendwo hä bist du denn? eigentlich müsste das doch hier irgendwo gewesen sein oder nicht? also ich bin immer noch am Steak hier ich bin immer noch am Boden kannst du da jetzt mal hingehen? ich habe jetzt gerade ein Ghast getötet da kommt nämlich ein Ghast den habe ich gerade getötet wo bist denn du? ja ich stehe immer in einer gleichen Pose da unten ist ein Wuther Skelett war das das was wir gesehen haben? wahrscheinlich nicht ich gehe da jetzt aber mal hin ich weiß nicht wo das jetzt war jetzt habe ich auch eins gespawnt du kannst ja selber suchen wenn du willst ich sage die spawnen die zwei da oben ja spawnen auch wieder neue ja so da ist er ein bisschen blöd dass hier beide zusammen sind aber hilft mir wer nicht hat leider keines gedroppt nur wieder Kohle aber dieser Wuther Effekt macht echt viel Schaden da ist wieder ein Skelett wir laufen einfach auf den Steg jetzt hin und her ok? den was hin und her? den Steg oh schon wieder nur Kohle warum drocken die denn alle nur Kohle? ohhh ja Wither Skelette Farmen ist das Schlimmste was gibt in Minecraft das sind ja drei Stück ok ok ich eile dir zur Hilfe aber nicht darüber sonst fahre ich in die Lave wo denn? das sind keine war kaputt also Lohn haben wir auf jeden Fall wo sind denn die drei? was ist die Lohn? ach das war nur Lohn ja das ist ja langweilig das ist ja langweilig mich interessiert den Lohn wir haben so viel Lohn im Volke das sind zu viele Dinge wir rennen wieder hin und her und her und hin hin und her und hin und her da waren wir doch schon ja lauf doch nicht mehr immer hinterher doch nein soll ich dich wieder abschießen? du weißt wohin das führt das Ende des Let's Plays kommt der mir jetzt echt die Hände hinterher? ja was soll ich denn machen? es gibt ja nicht so viele Abzeigungen boah und nur in Festungen ne? ja ich glaub schon da muss ich da gar nicht gucken bin ich wieder beim Portal ja da war ich vorhin auch hier sind noch Netawarzen aber die brauchen wir glaub ich nicht jetzt mal keine Fackeln hier damit nicht noch mehr also damit da ich ess mal kurz so ein Steak hier ist ja ein ganz schön großer Lavasee würde man reinspringen vielleicht? ich hoffe man sieht in der Aufnahme noch genug aber ich will keine Fackeln setzen weil sonst äh boah die Mucke wird episch äh lecker im Arsch nicht so episch wie Mass Effect Andromeda aber kurz so episch jetzt hat er zwei Kohle gedroppt jetzt ist doch auch schon mal mehr als nix ne? ich hab jetzt gleich einen Stack Kohle wobei ein bisschen Kohle hab ich wohl nicht waren wir eigentlich schon an dieser Kiste? wahrscheinlich schon achtmal welche? ja wobei es ist Schwachsinn was ich lass mal wieder nach oben sonst bin ich wieder im Portal hier waren wir definitiv noch nicht weil hier ist noch ein Diamantpferd da sind ungefähr 28 Fackeln hast du mit den 28 Fackeln was zu tun? wenn da 28 Fackeln auf einem Haufen sind dann ist das da wo das Portal ist oder nicht? das hab ich extra zur Markierung gemacht ah Silber oh Pigman ja die greifen dich ja nicht an es sei denn du bist hallo hallo Jürgen ich glaub schon wir die ganze Zeit im Kreis oder ist Zyrok ich glaub hier drauf war ich mal und da sind ganz viele gespawnt ich schau mal nach guck mal nach oben man schießen Pigman i never gonna dance again ok hier ist nichts das Winderskelett Farben ist immer scheiße ja du wolltest über den Wither beschwören mir wär der egal gewesen ja natürlich ne der Wither gehört jetzt im Spiel dazu weil im Ende ist wenigstens was Neues der Wither ist ja nicht neu das Ende ist auch schon bekannt ne? ja da wurde aber viel geendet mit 1.11 unter anderem kannst du den Drachen nachher wieder respawnen lassen du kannst anschließend fliegen da sind Dungeons im End also da ist schon was fliegen es tut übrigens sehr leid wenn ich äh etwas nasal klinge zwischendurch hier aber Allergien sind wild uuuuuhh er hat eine Allergien wahrscheinlich Polen ne? sooo wie gehts denn hier runter ab da? äh weg da wenn der mir immer noch hinterher glaube ja was fühl ich ich will ja gucken wenn irgendwo Action passiert dann bin ich da sofort zur Stelle sondern angehalten immer hier ein paar Fackeln weg damit vielleicht mehr Leute wieder spawnen wobei die lass ich mal hier zur Markierung wenn der immer gerne Dancer geht boah können jetzt die Hans Dietrichs hier mal wieder kommen soo auch hier ist schön ein Ende dead end tschüss Sarok oh ooooh uooh ooooh war das jetzt? du bist ja runtergesprungen den Auffall fassen ich dachte ich fall runter aber Gott sei Dank war da noch so ein Spiel nein ich will doch nicht in jeder Folge schneiden da muss doch erstmal was passieren hier ja das nennt man das ist das beste Projekt aller Zeiten der Wegs ja aber am Donnerstag ist ja wieder Action ne? Let's Beyblade Achso, ich wollte die Fakke nicht mehr abnehmen Wobei denn diese Ausgänge, wo die Vorhin die ganze Zeit gespawnt sind Ja, ich finde die leider auch nicht mehr Hier sind auch nochmal so Stelzen Ich geh mal in diese Stelzen rein Stelzens? Meinst du in den Stelzens Ist das irgendwas? Ne, aber da müsst ihr oben drüber, die müssen ja irgendwas stützen So, versuche ich mich da gerade hochzubauen Können wir da noch weiter stützen So ist der Plan Hier geht's ja überhaupt gar nicht Da kommt ein Gas dann Machen wir das hier einfach so Hab ich irgendwas zum Hochbauen? Natürlich nicht Null Einfach die Unfälle, wird der gerade probiert Im Nether immer so Stellen nach oben zu graben Ist glaube ich auch nicht so schlau Da könnte mal Lava rauskommen Ist korrekt Ist wie im echten Minecraft Boah, diese scheiß Skelette Können wir nicht einfach mal hier Fünf Stück spawnen Wovon drei so einen Schädel fallen lassen Wo geht's denn hier wieder auf den Steg? Hier ist auf jeden Fall ein Gang Schauen wir doch mal durch den Gang durch Ich finde den Steg nicht mehr, ne? Ein einsamer Steg Waren wir hier schon mal? Ne, hier waren wir noch nie Ich hab das Gefühl, wir waren überall schon Aber das wissen wir noch nicht mehr Jetzt bin ich schon wieder hier An welchen Koordinaten das Portal ist Also hier waren wir noch nie Hier ist keine einzige Tacke Genau vor mir sind zwei Lohn gespawnt Hier ist ein Fehler mit der Lava Gespawnt Viel mehr Fehler mit der Lava Drei Lohn sind jetzt da vor mir gespawnt Ja, kriegste hin Ich hoffe, du hast auch ein paar Tränke noch dabei Das sind zwei Wither Skelette Das ist gut Dann tötet die doch mal Ich gegen drei Lohn und zwei Wither Skelette Da bin ich Ja, komm Stell dich nicht so an Stell dich nicht so an Ich glaub, da ist der ursprüngliche Komplex Wir gehen aber weiter mal hier durch Hilfe! Ach, Pappalapapp, das kriegst du schon hin Da ist eine Lohe gespawnt Wie soll ich die denn jetzt einzeln anbauen? Ja, nicht mal wieder Feinkontakt Jetzt ist die Lohe wieder despawnt Hat mich gerade gefreut Brauchen wir noch Glowstone irgendwie? Ich hab momentan andere Probleme Wie soll ich die denn anlocken einzeln? Das ist voll unfair! Ja, mit dem Bogen dabei könntest du das machen Die Lohn geben Artillerieunterstützung Ja, deshalb ist es immer Guten Bogen dabei zu haben Ich glaub, hier bin ich hochgekommen, oder? Ja Schauen wir mal hier durch Oh, das ist gar kein Sand Ich bin gewidert Jawohl! Zwei Knochen! Äh, ich... Ah, ne, Knochen bringen uns ja nichts Ja doch, da können wir Knochenmehl draus machen Ja, können wir unser Feld schneller Wieder Befeuern Mit Kartoffeln Befeuern vor allen Dingen Ich komm mich ja jetzt hier hoch Ja Der zweite hat sich wahrscheinlich verpieselt, ne? Was ist das denn hier für ein Raum? Also hier ist auf jeden Fall noch ein Riesensystem Aber spawnen einfach keine Monster in diesem System Kann das sein, dass du schon so viele gespawnt hast Dass der Server nicht mehr mitmacht? Mir stehen halt fünf, ne? Der wirft schon wieder nur zwei Knochen ab, ey Boah, es ist verwinkelt hier Ah! Was war das für'n Geräusch? Aber ich bin zu nem Ausgang gegangen Da hat ein Garst in die ganze Fresse reingestrickt Wir sind schon wieder bei 25 Minuten gleich Und wir haben nichts geschafft Gleich ist meine Spitzhage kaputt Das wird übrigens nun mal scheiße Ah, ich krieg aber noch was hin Ey, wenn ich hier im Actionkampf bin Ja, bei mir passiert hier gar nichts Ich durchsuche einen Gang nach dem anderen Aber es spawnt einfach nix Wahrscheinlich muss ich gleich mal wieder zurück zu Zyrok Wenigstens nach zwei, zwei Lohnruten Da ist ein Ruderskelett Sehr schön Endlich Das hat ein Schwert gedroppt Wow Das ist ja Schlacht und Mittelerde spannende Ein Steinschwert Steinmenschenbauer Was? Der Bio-Bauer Bernd? Nein, kennst du keinen Steinmenschenbauer? Steinmenschenbauer? Nee, nicht schießen! Was? Kann man mit einem Stein machen? Oder was war die Grundfrage? Steinmenschenbauer Steinmenschenbauer? Das ist eine ganz andere Sendergruppe Die gestern schon wieder so einen Schrott produziert hat Was? Aber eigentlich war das ja die Sendergruppe von TV Total Die diesen Schrott produziert hat Ja, man kann ja auch dazu sagen Die Sendergruppe Raab Ja, inzwischen ja nicht mehr Also sie gehört eben noch zu Großteilen Aber Prinzipiell war Raab ja ProSieben Und das war's dann auch schon Wie das hier immer überall noch weitergeht Das hält sich gerade eine Spinne ab Ich glaube, ich muss gleich mal wieder zurück zu Zyrok gehen Da hat sich gerade eine Spinne abgeseilt Hilfe Ein bisschen Gloss damit Steht hier doch so schön rum Ja, ist ja nicht so erfolgreich bisher Ich glaube, wir fahren gleich mal ein bisschen weiter Wir fahren weiter Hier ist aber ein bisschen zu viel Lava Machen wir doch Neterwarzen? Wo geht's denn jetzt wieder zurück? Doch, wir haben ganz viele Neterwarzen Ich würde noch welche brauchen, habe ich gesagt Wir brauchen nicht Gut Gut, ich geh mal hier nicht weit Ähm, wo ist denn der Portal? Wir warten mal eben, äh, wo bist denn du? Ey, ich hab keine Ahnung Ja, F3 drücken Da ist ein Wither Skelett Okay, äh, ich muss noch mal ein bisschen vertagen Zwei Wither Skelette sind das, glaube ich sogar Kaputt Jetzt bin ich wieder bei deinem komischen Haken Die hat schon mal nur Knochen gedroppt Drei Wither Skelette sind das Mach kaputt Jetzt geht's ja richtig hier ab Er hat mir Kohle gedroppt Jawohl Erinnerst du dich noch an die Pufferfisch-Folge? Die haben alle nur Kohle und Steinschwerter und Knochen gedroppt Erinnerst du dich noch an die Pufferfisch-Folge? Moment Wenn ich das Lenkrad aufbaue, dann muss ich das Mauspad immer ein bisschen zur Seite schieben Ich finde der Portal nicht, Mann Ja, stelle ich nicht so an Oh, da ist eine Lohre Ich bin noch viel weiter weg von dir Ich wurde gewithered Aua Wo ist der hin? Ich sterbe Was machst du denn da immer? Cyrox, Cyrox, Cyrox Ich wurde eingeeckt Oh, nö Ich glaube, du findest jetzt deine Sachen wieder Ja, natürlich nicht Wo war der? Er wollte mir auch nicht sagen, wo er gespawnt ist vorhin Damit ich zu ihm kommen kann Irgendwo bei minus 100, minus 50 Nein, wo du gerade dich befanden bist Genau hinter mir Das ist ein Widerskelett Und eckt mich ein Dann habe ich jetzt kein Level mehr Ja, du musst sie einsammeln Vor allem wegen deiner Sachen, die du da hast Ja, aber wo war das denn? Weiß ich nicht Ich war nicht bei dir Da find ich doch nie wieder Ich hab aber jetzt Ich bin schwer bewaffnet Ich hab eine Frau Wieder nur Kohle Immer nur Kohle Da waren acht Tränke bei Wo war das denn? Warum denn acht Tränke? Was hast du denn alles mitgenommen? Ja, da waren so Potion Ich hab mein Zeug wieder gefunden Das ist gut Hier habe ich mich hochgebaut Dann kann ich mal wieder zur Zeit kommen Aber das Widerskelett ist weg Ja, hier, mein Totem of Undying Jawohl Hast du wieder nicht ausgewählt, ne? Das ist einfach ein behindertes Item Wenn du den Totem of Andying extra auswählen musst Wo ist denn hin? Da Ich glaube, ich habe alles wieder gekriegt So, dann geht es mal zu Zyrok Hier hat ein Namensschild schon Wo ist dieses Wichskelett denn hin? Will ich jetzt fertig machen? Ich werde, glaube ich, in der nächsten Folge Zyrok nochmal so ein neues Schwert machen Worauf nicht Looting drauf kann Weil ich habe ja noch genug Level Da ist Zyrok Ja? Hier bist du gestorben Ja, hier wurde ich eingeeckt Da ist es doch! Null Nutschkiesel Da ist noch eins Mach fertig! Hier haben wir Kohle Kohle! Sehr gut! Wo sind meine Steaks eigentlich hin? Meine Steaks Ja Da sind noch schöne Zäunchens Zäunchens! Und Stiefchen Hier ist noch ein Sattel drin Den können wir noch gebrauchen Wir haben sowieso keine Pferde Ja, könnten wir uns doch mal holen Da wäre ich fast nach unten gefallen Das wäre nicht so gut gewesen Und jetzt schlagen! Jetzt habe ich diese scheiß Stufen wieder aufgehoben Schmeiß mir die mal Zyrok zu Warst die Stumpen aufgehoben? Nein, du bist doch wieder durch Lauf mal vor! Wir sind ja schon wieder hier, ne? Jetzt rennt er mir wieder die ganze Zeit hinterher Das war der Grund, warum ich ursprünglich abgehauen war Wo ging es denn hier jetzt nach unten? Oder nicht nach unten Sondern eigentlich allgemein zu unserem Portal Ich will jetzt mal wieder nach Hause Wer Zyrok jetzt gleich so ein neues Schwert machen Dann werden wir gleich einfach weitermachen Das Riesen-Magnac-Kluss geworden Der verstopft den ganzen Eingang Ich wünsche noch ein bisschen weitergegangen Oh, zwei los War kaputt Wo ist denn jetzt genau das Portal eigentlich? Ja, irgendwo da Ich meine, da, wo ich es groß markiert habe, müsste es doch sein Also entweder, wenn es in dieser Richtung ist Hier nicht Dann muss es dann nach oben gehen, denke ich Da, ich hab gefunden Waren wir da eigentlich schon mal da rechts? Ja, ich glaub schon Wo bist du denn? Bist du da hochgegangen? Ich bin nach oben gegangen, ja? Ich hab ein Portal wieder gefunden Das ist gut Das ist gut Wo denn? Ganz nach oben? Hier ist ein guter Zyrok Mach kaputt Das ist genau hinter mir gespawnt, er hätte mich fast Kohle Ja, ich hab so viel Kohle jetzt Gut, gehen wir mal wieder in die normale Welt Das war ja ein sehr, sehr unerfolgreicher Ausflug So, werfen wir eben ein bisschen Scheiß weg Verzaubern nochmal ein Schwert für Zyrok Und dann können wir in der nächsten Folge noch das gleiche mehr Jawohl Ja, dann bis zum nächsten Mal Macht's gut Ja, bei mir geht's noch kurz weiter Bis ich in Zyrok was Ein, so Special Folge heute bei Nergowix Extended Cut 40 Blaze Rods hab ich halt Ich hab 5 So Ja, komm Da ist es Ich bin ja mehr so der Bauer Wobei das Toten auf Anleihen winkt jetzt wirklich nicht so viel Ach, wirklich? Dass ich das immer dabei haben müsste, glaub ich Da sind zwei Kompasse Ja, komm Komm Der Tintenbeutel in deinem Texture Pack Oder in dem Texture Pack Da sieht der Tintenbeutel aus wie eine komplett vergammelte Banane Hast du überhaupt mal ein Texture Pack richtig? Ja, ich hab dieses Das sieht zumindest so aus Aha, wie heißt es denn? Ähm Moment Invictus Ja, es gibt zwei von Sortex Ich glaub ich hab das andere Ja, ich hab Fanware Invictus ist, glaub ich, das andere Das hätte ich hier auch noch in der Liste Äh, so Zack Haben wir denn hier Wo haben wir denn Ja, ich beende hier trotzdem die Folge Äh, den Extended Cut müsst ihr dann mal rechts Bei, bei rechts Bei rechts schauen Ja Bei Nergowix schauen Ähm Ich hoffe, es hat euch mehr Spaß gemacht als uns Äh, nächstes Mal Finden wir auch die zwei Schädel Dann machen wir den Wither fertig Und dann, äh Und nächsten Donnerstag ist auch wieder Formel 1 Ach Für euch Na, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge Für euch morgen Ich weiß ja nicht, wann wir veröffentlichen Formel 1 Ja, weiß ich auch nicht Für, für uns ist, äh, dann am Donnerstag wieder Formel 1 Oh, das wird wieder geiler Jeden Donnerstag zwei Rennen fahren Jeden Donnerstag Nergowix, äh Ja, mit Nergowix im Team Ich darf Nergowix nicht mehr belästigen Ja, der fährt ja mit mir im Team Mit dem neuen Storytime At, äh, Contentmail.com Oh, ich hab ein Schärfenschwert Geil Ja, woran das wohl liegt So Hilft Nix Ich brauch ein Looting-Schwert, ha Naja, ich fahr mit Nergowix in einem Team, ja Äh, Ferrari haben wir uns ausgesucht Hat Zarok uns ausgesucht Ja Ja Forza Ferrari Wir müssen Make Ferrari Great Again Nennt man das auch Äh, ja, wir haben auch geschwankt Zwischen, äh, Ferrari, McLaren und, äh, Renault Aber Renault, das wollte ja aus Gründen der Nergowix nicht Warum, weiß ich nicht Die einfach immer irgendwelchen Schwachsinn behauptet Das ist kein Schwachsinn So Dabei baue ich so schön Schwerter für ihn Der hilft überhaupt gar nicht dabei Du hast Steinschwerter gebaut Ja, damit die Verzauberung sich zurücksetzt Zarok hat wieder überhaupt keine Ahnung vom System hier Das stimmt allerdings Verzaubern hab ich mich noch nie mit befasst Ja, trotzdem, jetzt, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, äh Bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Da wär Looting 2 Jetzt bräuchten wir 30 Level Gut, aber das ist schon mal gut Das ist gut 30 Level Farben Go, go Gut, aber das war's auch dann für mich in dieser Folge Ich hoffe, euch hat's gefallen Und es schaut beim nächsten Mal wieder vorbei Wenn wir hoffentlich ein bisschen erfolgreicher sind Hier oben rechts gut auf die nächste Folge klicken Unten rechts für ein anderes Projekt von mir Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Macht's gut Tschüss Ja, da oben geht's Ich bin glaube ich hier oben Untertitelung des ZDF, 2020